Oh, bitte lass dir eine Waffe sein. Ach, ist eine Pistole. Ich nutze mal nach hinten nochmal die Häuser. Wie nach hinten? Du willst mich jetzt hier alleine lassen, oder was? What? Ja, wir müssen da noch nicht hin. Doch, die sind schon close bei mir. Ja? Close bei mir am Haus jetzt. Beide? Weiß ich nicht. Einen habe ich zumindest gehört. Hier ist der. Der hat mir aber mehr. Aber es läuft. Ah, der hat mir leider einen Headshot gegeben. Der hat einem 16. Aber es läuft. Ah, Pistole easy. Hey. Oh, ich bin ready. Oh, ich höre da was. Ja. Guck mal hier, der qualmt. Der fährt aufs, äh, Militärgebiet. Ja. Wir fahren ihm hinterher. Baller drauf. Ich fahre gerade. Warte, er hat angehalten. Der hat hier stehen, Vorsicht. Ja, ich fahre ihn um, ich fahre ihn um. Nice. Schade, ich wollte ihn eigentlich killen, bevor du das machst. Ja, wow. Das ist ja, assi. Oh, die kommen von hinten. Über die Straße, Motorrad, aber nur. Halt's. Der ist angehalten. Ist tot. Auch ein alleiniger hier. Aber es war nur einer, also vielleicht. Der ist beim Turm. Oh. Der ist noch. Der schießt auf dich. Oh mein Gott, ist der doof. Wieso schießt er auf dich? Weil er mir direkt ein Heddy gegeben hat. Echt? Ja. Deswegen wahrscheinlich. Mein Helm ist weg. Oder weil du auch sein Maid geschossen hast. Kann auch sein. Der wollte gerade kurz rausgehen. Glaube ich. beim roten haus haben wieder zwei leute angehalten anscheinend ja soll ich jetzt erstmal den hinten im auge bald nicht dass der noch ankommt ich habe einen noch einer schon gefinisht aber du kannst ihn im turm beibehalten die werden jetzt so ein finisher ich puste ihn könnten hätten ablenken ja mach ich hast ihn gehettet einmal ja könnte ich habe es nicht mehr gesehen aber es könnte ein headshot gewesen sein könnte aber hatten dreierhelme also der heilt sich in fast hinten dran wenn er noch mal guckt sagt bescheid schieß mal ein bisschen hin ist abgelenkt ist also an dem baum in der nähe von diesem langen stehen ja ach uns fehlt ein reifen wir sind nicht so schnell er hat einen unfall gebaut nein habe ich noch sehr gut ich habe mich fast selber gekillt mit dem fahrzeug zwei schuss gefehlt ey zwei schuss waren das auto brennt und genau dann geht meine scheiß waffe leer sein maid fährt zu ihm hin ja hat er den überfahren der hat den überfahren ja ich habe den kill bekommen warum hat er sein maid überfahren weil er uns jetzt holen will glaube ich warum das ist aber auf den weiß ich nicht vielleicht wollte er dass wir den kenig kriegen oder so ja aber so funktioniert das ja nicht wahrscheinlich sind die in der hütte drin denke ich mal ich habe es noch überlebt also ich bin aber gleich gut ach ja hätte es mal kochen müssen sonst hätte ich mich nicht geheilt die haben sich selber genaded er hat sich selber genaded oh mein gott sind die beide tut nee einer hat den anderen genaded glaube ich oh mein gott gegen solche spezialisten weißt du campen im turm schießen dann leute ab und dann naden die sich selber was für spezies man also ich habe noch nades und smokes aber du hast ein dreierhelm ne 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 richtig gegen grandmaster verloren boah das war ein hit das war ein millimeter gerade was macht sich jetzt gerade lächerlich ich bin nur in staunen die gucken dir übrigens auch zu spoon die du gerade gekillt hast die gucken dir auch zu man ärgerlich beide sind jetzt so laute beide war nicht noch einer noch ein ich bin ja ich mag diese slr gar nicht ich spiel lieber mit der sks ich mag das ding mehr Na komm. Boah, jetzt lass sie nicht wieder überleben. Doch. Die waren jetzt schon sechs Mal noch. Ich weiß. Aber die Zone wird das hoffentlich regeln. Ja, bestimmt. Aber du musst den einen noch mal knocken. Ja. Auf jeden Fall. Wenigsten drückt jetzt die Zone mal ein bisschen mehr. Oh ja. Sauber. Der andere stirbt an der Zone. Oh ne, Mann. Gibt's doch gar nicht. Das heißt, er hat sich nicht mal bandagiert und nix. Und die Zone ist voll schnell. Gute Zone. Du hast einen Drop, ne? Ja. Ich meine, da würde ich jetzt an deiner Stelle auch nicht mehr drangehen. Aber ich wollte es nicht sagen. Ja. Das Auto hat irgendwie ausgezogen. Komm jetzt. So, hier. Sauber. Das sieht auch safe aus. Da rechts ist auch noch einer. Cool. Oh, da hat sich hingelegt. Und ganz rechts noch. Ganz rechts. Ja, ich seh schon. Geht zum Baum. Alter, was haben die denn alle Glees- und Dreierhelme, Alter? Ey, da sind ja nur Glees- und Dreierhelme. Ja, keine Ahnung, du. Und oben bei dem Haus dann, ne? Oh Gott. Ey, aber ich hab die Zone. Das sieht gut aus. Soll ich nochmal den Drop looten? Ich werde mich mal hierhin stellen. Ist das da einer? Nein. Ruf. Sind noch eine Menge Leute eigentlich, ne? Ja, da hinten ist was. Na, ich warte hier einfach. Easy, chill. Ja, würde ich auf jeden Fall auch machen an deiner Stelle. Die sind ja irgendwie alle vor dir. So, ein Schuss auf meine Weste noch und dann bin ich... Ist sie weg. Leider. Loote doch den Geli. Ja, ich geh nochmal runter. Ey, guck nochmal links kurz. Das hab ich auch vorhin gedacht. Das da meinst du, ne? So ein Pinöpel da, ja. Ja. Aber ich... Ich glaube, da oben ist safe. Oh, Auto rechts von dir. Ja, aber die wissen, dass ich jetzt hier bin. Nicht gut. Die dürfen nicht überleben. Meine. So, na dann kommt mal raus hier. Freunde. Der guten Volksmusik. Ey, die haben... Oh, shit. Den muss jetzt nerven, ne? Ja, ich seh'n, aber... Oh, die fighten. Der ist außerhalb. Ja. Oh, knocked. Den anderen seh' ich, glaub' ich, auch da. Ist der außerhalb oder schon drin? Ne, der ist schon drin. Der liegt doch da, oder? Ne. Nice. Fuck. Nur noch einer. Oh my God. Einen fetten Baum, ne? Weiß ich nicht. Oder? Ich glaube, ja. Lang so, wie vom fetten Baum. Ey, du hast auf jeden Fall die Zone. Ja, ich bin da safe, Mann. Ja, ich seh' ihn am Baum, okay. Er ist am Baum, die Tür. Ja, okay, du hast gewonnen, ey. Der hat das Spiel weiter. Jetzt... Mach mal nicht nervös hier. Lauf ein Stück doch... Lauf doch ein Stück in die Zone, oder? Ne, ne. Ich werde das safe spielen. Ja, wegen der Smog kannst du den nicht hitten. Es sind halt noch 40 Sekunden, aber ja. Probier mal. Ich würde gar nicht challengen, oder? Wenn der dich down schießt. Na gut, okay. Du hast noch Zeit, dich zu heilen, dann. Der weiß, glaub' ich, nicht, wo ich bin. Ja. Theoretisch brauchst du gar nicht challengen, ne? Ich warte. Ich weiß halt nicht, was er für eine Waffe hat. Ja, ja, eben. Deswegen. Challenge einfach nicht. Sonst kriegst du ja noch einen Kite. Warte, bis du wirklich laufen musst. Ich hab' auch keine Weste, du. Ach so. Ey, ich glaub' dann kannst du... Ah, nice. Na, jetzt! Ja, das ist schon. Ich hasse die SLR. Aber ey, alter, 18 Kids hab' ich, Mann. Ey, 18? Ja! 18 Kids. Oh, the jungle VIP. Oh, the jungle VIP. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Oh, the jungle VIP. Bis zum nächsten Mal.